Wir sind kein Groß, wir sind ein Familienzirkus aus der siebten Generation. Was wir heute Nachmittag hier zeigen, es ist keine Show, auch keine Revue. Es ist ein internationales Tier- und Artistenprogramm. Wir fangen an, ganz klassisch, mit Tier-Tressure. Aus den Marschall Belly präsentieren wir Ihnen Aladin, Deutschlands größter Kamehengs. An allen eine Bitte. Sollte Ihnen das eine oder andere Ihnen gefallen, so sparen Sie nicht mit den Applaus. Denn der Applaus ist lebenskundiger Stolz und die Tiranolus bei ihrer Arbeit. Die Musik kann erklingen, das bunte Zirkospiel kann beginnen. Dankeschön! Katarina aus Lettland mit einem kräftigen Applaus. Musik mit Katarina! Musik mit Katarina! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du meinst auf Deutsch über das große, weite Meer? Jawohl. Willst du vielleicht nach Hamburg auf den Fischmarkt? Weiter. Holland? Noch weiter. Spanien? Noch weiter. Australien? Noch weiter. Nach Amerika? Nein. Nein. Du willst da hoch? Ja. Du willst zum Mond? Richtig. Hinter dem Mond etwas links. Du willst auf den Mond und hinter dem Mond etwas links. Und hier ist die Präsentiert von Loredana und Zafira Kübler. warst du nicht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das war's für heute. Für Sie Auslöckland, Jefkeni! Für Sie Auslöckland, Jefkeni und Katharina! Hören Sie unsere Stimme der Röse! Wir machen Zwecks eines kleinen Umbaus hier bei uns in der Zirkusmanische. Im Programm Eleganz und Können präsentiert Ihnen Loredana Kübler auf den gespannten Dratzei. Viel Spaß mit Loredana Kübler! Für Sie Loredana Kübler! Die Seitwärtserin des Familienzirkus, Belli! Die Seitwärtserin des Familienzirkus, Belli! Die Seitwärtserin des Familienzirkus, Belli! Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Vielen Dank. Thank you. 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 Thank you.